Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCat 7. Hallo, weiter geht's mit unserer Tutorial-Reihe. Kurz vorher noch ein Hinweis, mich hat ein Kommentar erreicht, dass mein Video, das vorangegangene hier zu der Startoberfläche, eine schlechte Qualität hat. Ja, das liegt daran, wenn ich das hochlade und ihr sofort nach Veröffentlichung ein paar Minuten danach das Video anschaut, hat das erstmal grundsätzlich diese sogenannte SD-Qualität 360 Pixel oder 360p. Das liegt an YouTube und zwar wird dort im Hintergrund erstmal konvertiert in 360p. Dann als nächstes kommt dann die HD-Qualität, die 1080p. Ich lade hier grundsätzlich meine ganzen Videos mit 1080p hoch. Das dauert aber eben eine Weile und wenn ich jetzt ich sag mal sofort ein Video anschaue, was da veröffentlicht wird, kann es also sein, dass die HD-Version im Hintergrund noch nicht konvertiert wurde und dann zeigt das YouTube erstmal in dieser 360p-Variante an. Das ist natürlich klar, dass man dann hier auf dem Bildschirm alles nur noch verschwommen erkennt, weil die Auflösung nicht passt. Da bitte ich einfach drum, mal ein paar Stunden zu warten. Wenn das nach einem Tag immer noch in dieser schlechten 360p-Qualität angezeigt wird, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar schreiben, dann schaue ich da noch mal nach, lade das gegebenenfalls noch mal neu hoch, könnte ja durchaus mal passieren. Aber wenn ihr das hier nach 20 Minuten anschaut, dann müsst ihr einfach warten, wenn das da noch in dieser Low-Level-Auflösung angezeigt wird. So, ich mache jetzt hier mal weiter. Als nächstes möchte ich euch heute mal zeigen, wie man hier einen Texteditor öffnet oder einrichtet und wie man das einstellt. Und ich möchte hier auf die Fahde konfigurieren eingehen. So, gehen wir mal hier rein in Einstellungen. Auch hier zu dieser ganzen Oberfläche, wir sehen hier ist ja eine ganze Masse an Einstellungen noch, mache ich dann auch noch mal ein separates Video. Wir bleiben erstmal hier oben in Allgemein und wir sehen, ich habe jetzt hier mal slash bin slash xed eingegeben. Das ist der X-Editor im Linux. Den könnt ihr im Prinzip benutzen. Der dürfte auch so ziemlich bei den meisten Installationen mit dabei sein. Und der liegt hier wie gesagt in slash bin slash xed. Ihr könnt auch hier entsprechend euch über diese Ordner-Auswahlmenü durchhangeln zu eurem Editor, wenn ihr wisst, wo er liegt oder ihr googelt mal im Internet, wo ihr das dann entsprechend findet in eurer Linux-Variante. Hier im Linux Mint bei mir slash bin xed. Für die Windows-Nutzer haben wir hier das c-doppelpunkt backslash Windows backslash system 32 backslash notepad.exe. Wenn ihr diesen Pfad so eingebt, dann habt ihr hier den Standard Windows Editor eingestellt. Den empfehle ich nicht, weil das ist ein sehr sparsamer Editor. Unter anderem hat er das Problem, dass er zum Beispiel mit diversen Zeilenumbrüchen von Linux-Dateien nicht umgehen kann und so weiter. Ich empfehle da eher mal den Notepad++ zu installieren. Und wenn ihr Notepad++ installiert, dann findet ihr das unter c-Programme Notepad++ und sucht dort in dem Programmordner Notepad++, der ist die Notepad++-Exe und stellt euch dann hier den Pfad ein oder ihr macht es eben hier über diesen Navigationsdialog. Das gleiche gilt hier für den Standard-PDF-Betrachter. Einmal könnt ihr den hier gleich anwählen. Bei mir funktioniert das immer prima im Linux Mint hier. Ich lasse das hier auf Standard-PDF-Betrachter und dann wird mir das entsprechende PDF angezeigt automatisch. Dann wird er gleich genutzt. Brauche ich immer für die Datenblätter. Oder wer das nicht möchte, kann sich natürlich hier auch einen anderen Pfad wählen, ist dann analog wie hier oben und gibt dann hier seinen Pfad ein zur entsprechenden Binär- oder Exe-Datei von dem Programm, was er da lieber hätte. So, ich mache hier mal abbrechen, dann muss ich das ja nicht wieder alles rausnehmen. Gehen wir hier nochmal rein. So, wir haben also hier slash bin xed und wenn ich dann hier draufgehe, xeditor öffnen, dann öffnet sich hier ein neues Dokument. Interessanterweise, offensichtlich ist das noch ein Bug oder es funktioniert nicht, warum auch immer, habe ich jetzt hier mal ausprobiert. Wenn ich jetzt hier auf lokale Datei bearbeiten gehe und dann lande ich natürlich hier in meinem ersten Projektordner und wenn ich jetzt hier meinetwegen ja mal, nehmen wir hier mal diese keycat prl-Datei, das ist ja 1,2 Kilobyte Text und wenn ich die jetzt hier auf öffnen gebe, dann startet zwar mein xeditor, interessanterweise lädt er aber die Datei nicht rein. Wenn ich die jetzt hier über öffnen öffne, gehe hier mal über keycat 7 Projekte, mein erstes Projekt, prl und sage jetzt öffnen, dann wird die interessanterweise geladen. Woran das jetzt liegt, kann ich jetzt hier so nicht nachvollziehen. Vielleicht mache ich da mal ein Bugreport auf. Normalerweise sollte es ja eigentlich so funktionieren, dass ich dann hier über lokal bearbeiten und dann kann ich die gleich editieren. Egal, wir haben uns zumindest mal einen Editor eingestellt. Man kann ihn doch immer mal gebrauchen. So, kommen wir als nächstes zu den Einstellungen nochmal. Ihr habt gesehen, hier sind natürlich noch eine ganze Menge mehr Einstellungen. Da mache ich nochmal ein separates Video dazu. Vieles ist auch eigentlich selbsterklärend, zumindest hier, was die allgemeinen Einstellungen betrifft, haben wir ja hier schon gesehen. Wie gesagt, den Editor, die PDFs. Dann sollten wir hier vielleicht diese Einstellungen mal so lassen. Menüs, Symbole in Menüs anzeigen, Bildlauf leisten und so weiter. Das kann man hier eigentlich mal so in den Einstellungen lassen. Das ist eigentlich relativ gut gewählt. Auch hier das automatische Speichern. Zehn Minuten. Gut, das kann man vielleicht auf fünf Minuten ändern. Und man kann auch hier die Verweildauer von den 3D-Cache-Dateien, je nachdem, vielleicht noch ein bisschen runternehmen oder höher nehmen, je nachdem, was man für ein System hat. Prinzipiell, was die allgemeinen Einstellungen hier betrifft, ist das an und für sich schon sehr gut gewählt. Die Grundeinstellungen, da würde ich auch meiner Ansicht nach nicht großartig drin rum verändern. Ja, dann haben wir hier Sicherungskopien von Projekten automatisch erstellen. Dann macht er eben hier immer so ein Backup. Ja, hier unten den Haken würde ich nicht setzen. Beim automatischen Speichern immer noch mal so ein Zip anlegen. Das würde dann bedeuten, dass hier in dem Ordner, in diesem Ordner, der hier, ich mache es hier mal zu, diese Zip-Dateien enthält, die werden hier immer nur angelegt, wenn man das Projekt schließt. Also KeyCat schließt, wird hier eine Sicherung angelegt. Ich würde das hier nicht alle 10 Minuten machen, weil dann schreibt er euch hier so langsam, aber sicher die Festplatte voll. Ich denke, das muss nicht unbedingt sein. Gut. Ansonsten gibt es jetzt hier erst mal zu dieser Oberfläche nichts weiter zu sagen. Die anderen Einstellungen, da mache ich dann noch mal ein separates Video. So, okay. Dann gehen wir hier auf die Pfade konfigurieren. Wozu brauchen wir Pfade? Wir haben also jetzt hier vorne immer eine Umgebungsvariable und diese Umgebungsvariable verweist auf einen Pfad. Das heißt, wenn ich die jetzt hier anklicke, dann sehen wir jetzt hier, dass der KeyCat 7 Template Ordner als Variable im Programm angesprochen wird und hinter dieser Variable verbirgt sich jetzt der Ordner UserShare KeyCat Template. Das ist bei der Grundinstallation so vorgegeben und da wird das da reingeschrieben. Bei euch ist das dann, oder bei den Windows-Usern, C, Programme, KeyCat 7 und dann irgendwo Template Ordner. Den kann ich hier ändern. Den kann ich jetzt hier ändern. Zum Beispiel könnte ich den jetzt ändern und das werde ich dann auch in einem weiteren Video mal zeigen. Ich gehe mal hier in den persönlichen Ordner. Ich kann jetzt hier auf KeyCat 7 gehen und kann jetzt zum Beispiel hier sagen GitLab. Leider habe ich sie jetzt hier noch nicht runtergeladen. Kann ich mir nämlich vom GitLab immer die aktuellen Symbole, die aktuellen Bibliotheken und die aktuellen Templates herunterladen und gebe dann hier diesen Ordner an. Wenn der hier drin liegt, kann ich den anklicken und habe mir damit ein automatisches Update gebaut. Das heißt, ich kann dann, da werde ich auch ein Video dazu machen, mit GitPull vom GitLab, von der GitLab Webseite die aktuellen Daten herunterziehen. Meine ganzen Symbole, Footprints etc., die Templates, die werden aktualisiert, auf den neuesten Stand gebracht. Und ich habe damit beim nächsten Neustart von KeyCat hier immer die neueste Version von den Bibliotheken, Footprints, Templates etc. Wenn ich das jetzt hier so lasse, auf dieses UserShare, das ist ja meine Grundeinstellung, dann habe ich natürlich das Problem, dass sich da drin nichts ändert. Denn hier wird ja, also das ist die Grundinstallation, dann habe ich also den Stand vom Installationstag. Ihr lasst das jetzt erstmal hier als Einsteiger. Das machen wir dann nochmal genauer in einem Video. Was wir uns aber hier an dieser Stelle mal hinzufügen. Ich habe ja hier, wir hatten uns ja das eingestellt in KeyCat 7. Haben wir uns ja hier eingestellt, eigene Templates, eigene Symbole, eigene Packages und eigene Footprints. Die legen wir uns jetzt mal an, weil wir machen ja auch unter Umständen Symbole, die es nicht gibt. Die wollen wir ja hier drin ablegen und da müssen wir auch mit einem Pfad drauf verweisen. Und deshalb machen wir jetzt hier folgendes. Wir legen uns mal hier eine, halt, die nehme ich nochmal raus. Wir haben jetzt hier schon mal eine, die nehme ich auch nochmal raus. So, so sieht es ja aus bei euch. Also, einen mal hier unten aufs Plus klicken. Wir nennen die jetzt KICAD-EICSYM für Symbole. Das ist die Variable. Wozu wir die brauchen, zeige ich euch später. Und wir gehen jetzt hier in unseren persönlichen Ordner, KeyCat 7, eigene Symbole. Den öffnen wir und damit ist der jetzt hier angelegt. Jetzt gehen wir mal weiter, machen wir eine neue. Die nennen wir jetzt mal KI-CAD. Wir nennen die hier EICFood. Oder machen wir es einfacher, FP für Footprint. Ihr könnt das natürlich nennen, wie ihr wollt. Und wir geben hier hinten den Ordner KeyCat 7, eigene Footprints. Öffnen, da ist der drin. Wir gehen weiter. Wir legen jetzt hier nochmal ein KeyCat-EICF für eigene 3D. Wir machen hier 3D. Wir machen hier 3D. Wir machen hier auch vielleicht mal ein 3D-Package installieren. Wir gehen hier wieder drauf und sagen hier eigenes 3D-Package. Und das waren die drei Footprint-Symbole. Und wir haben hier schon angelegt KeyCat-User-Template-Directory. Ich könnte jetzt hier KeyCat-EICT-Template anlegen. Den haben wir aber hier schon. Deshalb gehen wir hier hinten einfach nur mal da rein. Sagen hier öffnen. Gehen auf den persönlichen Ordner. KeyCat 7. Und sagen hier eigene Templates. Die wollen wir hier ablegen und nicht in diesem Local Share und so weiter. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt hier im Prinzip ein paar Variablen angelegt und habe hier Ordner hinterlegt. Das könnt ihr erst mal so machen. Und ich mache hier mal zu. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Da kommen wir jetzt hier zu den Symbolbibliotheken. Da zeige ich es mal. Zum Beispiel haben wir jetzt hier eine Symbolbibliothek. Die ist jetzt hier in dem KeyCat-Symbol-Directory. Das sehen wir hier daran, dass hier ein Dollar. Das fängt hier immer an mit einem Dollar. Geschweifte Klammer auf. Der Variablen-Name. KeyCat 7-Symbol-Directory. Geschweifte Klammer zu. Und da hinten dran die Symbol-Datei. In dem Fall hier die 4xxxiee-Keycat-Sym. Hier drin in dieser Variable verbirgt sich jetzt der Ordnerpfad, den wir hier gerade angelegt haben. Beziehungsweise gesehen haben. Ich mache es hier nochmal zu. Ich zeige es jetzt. Gehe hier nochmal in die Pfade. Da haben wir ja hier KeyCat 7-Symbol-Directory war da gestanden. Und da verbirgt sich jetzt hier drin der Pfad User-Share-KeyCat-Symbols. So. Der wird dort quasi durch diese Variable ersetzt. Gehe nochmal zurück. Das gilt hier auch für die Foodprint-Bibliotheken. Gehe nochmal hier rein. Welchen Vorteil hat das, wenn ich jetzt mit dieser Variable arbeite? Ich könnte jetzt auch theoretisch, ich kann das hier editieren. Indem ich jetzt hier reingehe und schreibe jetzt hier rein. User-Share-KeyCat-Symbols 444x findet der genauso. Also dass ich diese geschweiften Klammern hier durch den Pfad ersetze. Wenn ich jetzt hier draufgehe, stehe ich nämlich hier sogar drin. Da sehen wir es nämlich User-Share-KeyCat-Symbols. Genauso wie es vorne eingestellt ist. Den könnte ich jetzt auch händisch hier so fest eintippen. Das hat aber folgenden Nachteil. An allen Stellen, wo diese Variable steht, würde dann ein fester Pfad stehen. Und wenn ich jetzt meine Symbole mal aus welchem Grund auch immer auf ein anderes Laufwerk verschiebe, in einen anderen Ordner verschiebe, müsste ich an allen Stellen, das heißt, ich müsste hier in den Symbolbibliotheken, überall wo das KeyCat-Symbol dir oder meine eigene Variable, egal wo die steht, müsste ich das jetzt händisch hier ändern, den festen Pfad herausnehmen. Das ist eine, mit Verlaub, Schweinsarbeit, Sklavenarbeit. Das wollen wir natürlich nicht tun, sondern wir können jetzt nämlich hergehen und sagen, ich habe jetzt hier meine Pfade, passt das nur hier einmal an dieser Stelle an und an allen anderen Stellen im Programm von KeyCat, egal wo ich die jetzt eingesetzt habe, ändert sich das dann damit automatisch und ich muss das nicht händisch nachträglich überall nachholen, sondern ich habe dann hier nur noch einen Ordnerpfad. Als Beispiel jetzt, wenn ich jetzt hierher gehen würde, ich gehe mal hier in meinen KeyCat 7 Ordner, wenn ich jetzt zum Beispiel diese eigenen Symbole, den würde ich jetzt hier vielleicht in ein Netzlaufwerk umswitchen, eigene Symbole verschiebe ich jetzt auf irgendeinen Server und der Pfad heißt jetzt hier meinetwegen Slash Server Thomas Slash KeyCat 7 Slash eigene Symbole. Dann müsste ich eben in jeder Library das ändern oder in dem Fall einfacher gehe ich dann hier rein, passe hier nur noch meinen Pfad an und habe es sofort an allen Stellen geändert. Das verbirgt sich hier hinter diesen Pfaden. So, eure Hausaufgaben. Ihr legt jetzt mal hier diese eigenen Pfade an, diese vier Stück, also die drei und den einen hier User Template, ändert ihr bitte hier auf diese Angabe. Die Windows-Nutzer machen das dann entsprechend C-User-User-Name KeyCat 7 und so weiter und so weiter. Legen das entsprechend an, damit wir das schon mal haben. Das ist eure Hausaufgabe und ihr richtet den Texteditor ein und beim nächsten Mal machen wir dann mit den Einstellungen und den Symbol-Bibliotheken-Verwaltungen weiter. Tschüss und winke, winke.